Haube und Blüttel für 20 Bescheid vor Optima Ja okay, wir nehmen jetzt diesmal Straße Die hübsche Straße Okay Prozent also gut weil die Bereiche 3 Jahr gab es wieder bei mir oder oder über mir sein Prozent nehmen das einfach wir machen jetzt hallo sogar wieder bei mir oder soll das wird über die Salle Prozent Prozent er hat Labe ja okay war so Prozent ja ja Ja, 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 ja. Ach scheiße, ich bin mal rot. Ja, und? Die Farbe ist hässlich. Nein, Spaß, sie ist cool. Hey, wer ist jetzt bei mir, der Gabi, oder? Ja, du bist bei Gabi und ich hab so einen Pico bei mir. Ja, der Pico ist. Gabi, Gabi, Gabi! Nein, ich traue es mal. Gabi! Der Gabi ist von der Wind. Ah, du bist bei Gabi. Wir sind Gabi. Ich weiß nicht, was du mit Affe der Ruhe im Sohn hat. Darby for the win. Schreibt, Leute, schreibt in den Kommentaren Darby forever. Bitte nicht. Ui. Was hast du gerade gemacht? Es ist kalt. Ich habe mich geschlagen mit meiner Opfersport. Jetzt haben wir die erste Fatality in Blue Team und Red Team reportiert. Blu Team Reversed Game Core. Hu, ich hab euch gegenseitig ungebracht. Shit. Ah, Heather, Heather. 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 Ge weg. Ge weg. Ge weg, weg. Ge weg. Ge weg. Ge weg. Ge weg. Ge weg. Nein, ich musste nachladen. Hey, nein, ich musste nachladen. Ist dieser auch crazy? Doch, ich muss doch gerade nebenbei nachladen. Ich habe Videobeweis. Videobeweis? Ist doch so. Und es hat gelöst. Ist auf YouTube live. Was heilt Gabi davon, wenn wir Selbstmord machen? Was? Nichts. Gabi? Es wird doch mit Charten auf den Vogelv geschrieben, oder? Was? Was wird in Vogelv geschrieben? Red Team reverse the game score. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Warte mal, ich bin ich nicht. Ich bin das nebenher. Ich bin das nebenher. ist wieder da. Wer ist das? Wie kommst du darauf? Hä, was hast du vorhin gefragt, Alessio? Oh man, es hat gelaggt. Es hat doch wirklich gelaggt. Ich hab Video bereitet. Was ist das? Was hast du vorhin meine Ausrede? Äh, ich hab Video bereitet. Es hat gelaggt. Was ist das? Super. Ja man, ich bin voll gut. Ja man, ich bin Pro-Gamer. Ich bin Pro-Gamer. Oh Scheiße. Hey, hey, Alessio, du hast eine Sache nicht bedacht. Ja, wie? Alle. Wollte ich grad sagen, war ich eine Sache nicht bedacht. Ich war mit Chicken im Kacken. Also, ich hab schon wieder... Ich hab Chicken Wing. Immer noch. Ich hab Bock auf Chicken Wing. Also, bestellen könnte ich mir jetzt auch schlecht ein, aber wir haben wohl spät. Ich weiß, die zocken gerade um 2 Uhr nachts, Alter. Hallo, Derby. Ich bin nur noch die Nacht, ey. Ich hebe euch. Ich rufe euch jetzt so einen Pizza-Laden an, Alter, und sagt... Ja, als Video und Pizza bescheuert haben wir leider keinen Geld. Ach Scheiße, ihr habt schon wieder gelaggt. Red Team ist jetzt gewinnen. Ich mag's nicht, wenn's laggt. Das laggt voll. Dann... Blu Team reverse the Gamescore. Ja, ja, ich weiss was du meinst. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Das machen wir. Das machen wir. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Aber wir sind nur zu dritt. Wir müssen schon ein bisschen mehr. Äh, zwei. Ja, Clute hier aus der Hurensohn kommt ja nicht. Du kennst? Also, der ist doch klar. Ich will uns so was zu machen. Also, der ist doch klar, wenn du uns so was zu machen. Als ob, der das macht. Als ob, ey. Als ob, der das macht. Als ob, der das macht. Was scheiße. Ich bin schlecht. Hast du auch. Ey, Mann. Ich bin ja grad so gut. Not. Hey, Dani. Hä? Du bist gut. Du hast drei Kiste. Bist achtmal gestorben. Hey, ich bin dafür besser als früher. Mach's sein. Hey. Ich bin auch sein. Blu Team is now winning. Ja, ich bin zwar immer noch scheiße, aber besser als früher. Aussage. Hey, was hat man nicht mehr mit deinen Scheiße, du? Hä? Ich war doch mal voll scheiße. Ach, Mann. Ich war doch mal voll scheiße. Sorry, Abbot. Die, was? Die Dame kommt von dem König? Ach, die Dame. Ich hab grad auf Englisch auch nicht gewonnen. Die Dame. Hat Gabi was geschrieben? Nö. Blu Team is now winning. Ja. Hat er geschrieben? Dass der gerne Penisse lutscht. Ich bin Rivalry Mode. Ich bin Rivalry Mode. Megaman steht auf Oral. Okay, das muss ich ja wissen. Ja klar, ich weiß alles. Was labest du? Ach, was soll das alles? Was soll das? Wieso bist du so fies zu dem Typen? Warum fies? Blu Team is now winning. Warte, ich bin mal ganz nett. Warte, ich bin mal ganz nett. Warte, ich bin mal ganz nett. Okay. Ich kämpf schon wieder. Ich bin ein scheiß Camber. Camber. Was ist das? Das bist du, Gerd? Hallo. Was steht da? Okay, aber ich liebe dich, Baby. Bist mein Schnurri. Ey, wie schreit man? Ey, du bist doch so... Ich schreibe... Hey, da steht aber nur am Team. F2. Ja, du musst F2 drücken, damit du wechseln kannst. Das wechselt nicht? Hey, das wechselt wirklich nicht. Ich weiß, das hat man schlank gesucht. Wie ist das? F3, du musst F... Warte, F... G... F3 drücken, dann ähm... Nee. Das hat nie alles. Baby. Schau auf. Ah! Wer pisst dich mal, du Hurensohn! Ich bin auf den Wurensohn! Red Team Reverse the Game Score! Alter, der Tier ist einfach noch in der Ecke! Ah, scheiß! Das wär voll cool! Das wär voll cool! Blue Team Reverse the Game Score! Ja, das kam... Ey, das kam gut rüber! Das kam cool rüber! Ich bin ein guter Dude! Am Ding! Also, mutig rüber! Aber hast du das abgetan? Ja! Ja, aber erst beim dritten Mal! Ja! Ich bin troff'n! Ey, ich bin troff'n cooler Dude! Mann, was willst denn du? Ich hoffe, ich bin jetzt nah! Was? Geh weg, alles, Junge! Ey, warum geh weg? Du hast gesagt, du läufst irgendjemand nach, deswegen dachte ich, du meinst nüch! Alter, der Pico, der bei mir ein Team ist, zu malen! Hä, das ist doch voll der coole Typ! Typ, Typ! Ja, ich bin hier auch, Mann! Och, Mann, der hat mich schon umgebracht, ey! War mal wieder so peinlich! Ich bin die Peinlichkeit in Person! It's Bully! Hallo, It's Bully! Was, 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 was? Was ist passiert? Was ist bei dir? Mann, bei mir hat das drück'n gehauen! Ich weiß, wie ich das keine Ausrede! Ich weiß, wie ich das keine Ausrede! Alter! Alter, ich bin 10 mal gestorben! Wie soll die mal? Die ist weg? Hahaha! Mann, die der, F***! Der ist schon näher! Was? Du sagst den Weg nicht? Geh doch selber! Dankeschön, Gaby! Oh ja, perfekt! Da ging stüttend, den... Dicke... Direkt dicke Eier! Hey! Hey, die ist so schön blau. Alter, auf der Waffe ist ein Hund drauf. Was? Was? Ich konnte die Waffe ja nicht mal richtig benutzen, ich bin schon gestorben. Ach, 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 ach. Ah, ey, das war mal wieder so behindert. Hä, wozu hab ich eigentlich die Wölfe eingestellt, wir benutzen die doch eh nicht. Hallo. Ich mach mal einen auf Jump'n'Band, Tocke, Alter. Jetzt nicht mehr. Ach, scheiße. Bebebebe. Wer hat einen ganz Ohr geschrien. Wer hat Ohr... Hör nicht mal. Hör der Maul. Danni? Ja? Ich war zu Hause. Ich hab mir fett... Ich hab mir fett eingegeult. Ey, ey, Donnerstag, ne, ist der neue Film. Sponsprop. Ja, Mann. Das Gucu. Das Knack. Ich schwör auf Carlo. Klaro, mein Carlo. Ich schwör auf Morat, mein BMW. Ich schwör auf... Ich schwör auf Aladin. Ich schwör auf Lidl. Ich schwör auf Aldi. Ich schwör auf Aldi Süd. Ich schwör, glaub ich, bei Lidl mal arbeiten. Was... Was war das jetzt? Ich war doch da oben und ich bin runtergefallen. Was war's? Da... Danni? Danni? Ja? Ja? Ja... Dann bist du mich doch tot, ne? Ja. Ist doch witzig. Ich hatte ja nicht schon Horrorfilme jetzt nicht gesehen. Da wurden die Pulseide aufgeschnitten, ne? Hey, hey. Ich hatte zwei Messen in den Augen. Die Frau hat immer noch gelebt. Oh ja, diese Logik, Alter, diese Logik. Hast du überhaupt keine Logik, ne? Oh Mann, ey, das hat grad voll geleckt, ich schwör. Ich schwör, ey, ich schwör auf Aladin, Mann. Arni, wo bist du? Ich bin in meinem Revier, wieso sag ich das dir eigentlich auch noch? Genau, der liebt mich einfach noch. Ich bin ein, ne? Deine Mutter hat auch noch zwei Tage, quasi. Mein Penis ist ne Sniper. Der zieht auch immer direkt. Poppala, poppala, poppala! What the fuck? Gabi, ist mein Fetter, sag du da, du da. Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Hallo Gabi. Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Ach, scheiße. Hä, ich hab nur sieben Kills gemacht, ey, ernsthaft? Ich bin ja voll der Nuk in der Gruppe. Ich selber nichts Neues. Ich hatte nur noch fünf Minuten, Duda. Duda. Wer war das? Ich klicke jetzt, denn sie alle Duda-Duda. Ich hatte fünf Papier und nein. Also, Schätzchen, kommst du morgen zu mir? Oder eher gesagt, heute? Ja, da ist's. Ja. Wieso denn nicht? Was ist denn hier? Red Team, reverse the game score. Blue Team, reverse the game score. Rival Cal. Kann der noch einfliegen? Und die bringt die oben. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und da, ich bin in der Gruppe. Ich bin gut. Adi? Ja. Kannst du die neue Single-Chance von Ape Cry? Ja, die ist so geil. Weil, ich hab da voll die Latte bekommen. Okay. Mann, das war so ein Jogger, aber die ist richtig. Wir müssen auch weitermachen. Aber der Clue, die der penne. Ist der denn nie Bock zu drehen? Oder der hat immer seine geilen Ausreden? Ey, Clue, die ist so ein- Und so ne. Ja, aber der ist heiß. Das war ein richtiger Ochse. Ja, aber der ist heiß. Nein, Mann, der wird trockst. Der soll mal aufhören mit seinen Scheiß ausreden. Wenn er schon kein Bock hat, dann soll er es uns auch sagen. Oh, Scheiße. Entschuldigung, ich bin gestorben aus einem dummen Grund. Hallo, Gabi. Hallo. Hallo. Haha, Dame steht König. Halt dein Maul. Du Nut. Oh, Daniel, du bist da alleine. Nein. Ich bin sehr ehrlich. Ich bin sehr süß. Ich bin sehr süß. Mann, Gabi, du bist eine Focke. Und ich starte Hashtag Gabi, wäre was Besonderes. Halt, du bist ja noch 5, Iron. Oder steht du? Aura, Aura. Blue Team is now winning. Warum wechselst du's nicht? It's bullsh, Basti. So was würde man mein Mann nie zu... Mann, was labert der mit seinem Mann, Alter? Was hat er geschrieben? Das würde sein Mann nie sagen, Alter. Ist der den nicht? Alter, was lebt das gerade? Okay, ist nicht gut. Red Team reverse the game score. Game score. And a-da-da-da. Manni, das ist jetzt nicht gut, ne? Da geht's ein Adler ran. Da geht's rein. Was? Alter, der Bummt mich. Alter, der zerfickt mich. Der zerfickt mich. Ich bin so. Manni. Fuck. Juuu. Hä, hab ich dich gerade umgebracht? Oh, nee, hab ich gar nicht. Oh, Alter, was ist denn das für eine? Junge, der hat jetzt schon sechs Kills gemacht. Alter, der hat schon sechs Kills gemacht. What the hell? Was ist denn da noch ein L-Ricky? Was ist mit den Typen? Einmal der Bummt. Hä? Sieben Kills. Junge, was ist das für eine? Dieser Snapshot. Mann, der Bummt mich voll. Ist doch gut, Alter. Red Team is now winning. Ich will nicht gebumpt, ähm. Ja, ich will das. Weil es Cluey nicht macht. Ich hab immer Cluey gesagt, er soll sich bumpt. Ich hab immer Cluey nicht gemacht. Wie viele? Nein. Oh, 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 oh. Alter, nein. Ey, warum feiert er sich jetzt? Alter, was für ein Bro-Gamer, Alter. Was ist das für eine? Ja, Mann. Alle feiert sich auch mal. Es ist so gut, nämlich viel krass. Nein, Alter. Nee, ich fink's gerade nur sauwitzig, Alter. Wie du einfach mal 18 Kills machst. Red Team is now winning. 19 Kills. Okay. Alter. Äh, oh. Haha, du Ohren-Dohn. Hä, ja, kill mal dich. Okay. Mache shit. Deine Kills hat es. Hehehe. Oha. Baby Wolf. Haha, du Fokse. Big Dick weiß, wie es läuft. Deine Weifers dick ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Weifers dick. Ey, Alessio, ich weiß, was dick ist, aber gar nicht dick ist. Hehehe. Egal, wenn was dünnes, feines. Ja, so ein Farben. Wie ein Barbie? Nein, ein Faden. Ein Kami? Ein Faden, du Wotze. Ah, wie? Ein Faden. Oh, wie das klingt das, wie du? Ey, der hat völlig gute Waffen, diese Horns. Was klingt das denn hier rum? Hat er im Haul? Hat er im Haul? Red Team is now winning. Hör auf zu Wolfen? Was? Hör auf zu Wolfen? Das hat die geschrieben in dein Team. Hör auf zu Wolfen. Deutsch, bitte. Bitte Deutsch. Red Team is now winning. Schei's auf, Wanda. Du gar wahr. Ey, ich kann was. Ich weiß sie. Gutfälliger ist Ted Kopp. Hör auf. Mein Junge war Blech. So. Hat gerade wieder so abgefuckt, gelegt, alter. der woche mann verpiss dich doch mann ich will nur leben ich muss dein Ding versuchen hängen zu geben na komm an äh äh ja ja okay ey Arle mach mir danach noch ne Runde ja hab mir schon wieder hallo ja mach Gali wieder mit ja nein nachladen äh ja 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 nicht wegen mir weil ich der ja das ist du 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 k alte johu ich hab Gold bekommen johu die wollen wir noch haben wollen wir noch ein Raum machen die nach Abortreie die Kippen er wird auch die Beobachter rauswerfen und er hat jetzt mach Passwort rein, drück auf Option und dann mach'n Passwort rein warte, ich will zu dir gehen äh Passwort, ok warte ich ok wie nenne ich das am besten? atme ok, Gabi soll reinkommen Gabi, äh, das kann man mit der Laptop, muss ich hören, starten oder so starte einfach ja Gabi, komm's rein schau mal das Spiel was? starte doch das Spiel ja ok, das machen wir jetzt beim nächsten Part